Willkommen zu Dead Plate, ein Spiel, ein 2D-Game. Und ich weiß ja, dass ihr Dinge liebt wie Coffee of Lily und Lay Lay. Ein 2D-Spiel in Frankreich. Es sind, glaube ich, die 1960er. Und wir wollen Geld verdienen und arbeiten im Prinzip noch mit jemand anderem zusammen, einem Koch. Ich weiß noch nicht mehr, aber der Name Dead Plate, toter Teller, sagt, glaube ich, schon so einiges. Und auch hier Vorsicht, es geht wieder um krasse Themen. Falls ihr da nicht ready seid, dass ihr Bescheid wisst. Und wir gehen jetzt einmal rein. Meine liebe Community auf Twitch sagt euch gerade Hallo, beziehungsweise seid es ja auch hier. Also die Community sagt euch gerade Hallo. Kommt gerne hier vorbei, wenn ihr mal live dabei sein wollt. Und falls ihr Bock habt auf meinen GNU-Merch, den gibt es jetzt wieder. Alle Artikel, die, danke schön, innerhalb von Minuten ausverkauft waren, sind wieder da. Gibt zu allem auch eine Autogrammkarte. Und viel Spaß im Shop. Hier ist der Link. Und wir gehen rein in die neue Schicht. Ich übersetze auch wieder für euch. Ich habe hier mein Handy ready. Genau. So, Warnung. This game is a work of fiction. Also es ist nur eine Fiktion. Controls, movement, interact, set, cancel, pause, shift, sprint. So, press Z to continue. Okay. Show up at 5am ist das Tutorial. Das machen wir jetzt mal. Ich brauche das Tutorial auf jeden Fall. So. Okay. Oh wow. Du bist wirklich gekommen, um zu trainieren. Ja. Genau pünktlich. Fast. Oder kaum. Das ist so. Ich mache es einfach lieber so. Das ist einfacher. So. Dann haben wir es wirklich übersetzt. Dies ist eine sehr gefragte Position. Sei also dankbar, dass du überhaupt den Vorteil hast, dass ich, äh, dass ich, ähm, dass ich dir sage, wie du deine Arbeit zu erledigen hast. Ja, das ist wirklich nett. Sehr, sehr, sehr nett. So. Ähm. Dein Resümee hat gezeigt, dass viele von, äh, ihnen in der Industrie tätig sind und davon ausgegangen wird, dass sie tatsächlich... Ah, jetzt hat es mich übersetzt. Sorry. Ähm. Yuri. Also quasi in ihrem Lebenslauf war viel. Viele Jobs in der Dienstleistungsbranche und deswegen hat er mich quasi genommen. Easy. So. Außerdem. Ist übersetzt nicht. So. Allerdings ignoriere ich die Geschwindigkeit, mit der ich quasi die neue Stelle bekommen habe. Okay. Having 28 Service Industry Jobs over the course of seven years is pretty impressive when you think about it. Okay, krass. Was? Ich hatte 28 verschiedene Stellen innerhalb von sieben Jahren. Ich weiß nicht. Vielleicht wisst ihr es. Ist es denn gut, wenn man in der Dienstleistung als Kellner arbeitet? Wenn man dann 28 Mal schon woanders gearbeitet hat in sieben Jahren? Oder ist es eher schlecht? Ich frage, in einem normalen Job wäre das ja eher okay. Man wurde immer rausgeschmissen. Aber in dem Fall kann es ja sein, dass man halt einfach immer woanders arbeitet. Wahrscheinlich ist es eher schlecht, ne? Ist eher schlecht. Das heißt aber auch, er hat kein Angebot für anderes, gell? And even less impressive when you think about it for five seconds more than that. Und es ist umso weniger beeindruckend, wenn man mal fünf Sekunden länger darüber nachdenkt. Okay. Also mit diesem Job, da musst du eigentlich gerade mal wissen, wie du Customers zum Tisch bringst. Okay. Geh zum Schalter. Go to the counter and get them to appropriate table. Okay. Ich muss die quasi zu einem Table bringen. Keep in mind how many people are dining. You don't want a large group of crowding. Okay. Ich muss quasi immer gucken, wie viele Leute gerade essen. Ich will ja nicht quasi, dass die ganzen Leute nur rumstehen. Das finde ich auch schrecklich, wenn ich in einem Restaurant bin und die Leute stehen halt einfach um dich rum. Und du sitzt und isst. Wisst ihr, was ich meine? Da fühle ich mich immer richtig schlecht. Gastronome sind aber auch vernetzt und wissen dann Bescheid. Ja, das glaube ich. Das ist bei allem so. Ist auch gut so. So, okay. A, M, S, D. Da kommt ein Kunde. So, hallo. Warte, das ist gerade. Hello, girl. Ach, ich muss jetzt erstmal hier zum Counter, ne? Wieso habe ich denn jetzt hier auf einmal Essen? Kann ich auf Z interagieren mit der? Ah, hier. Ein Table, ein Tisch für zwei. Okay, dann setze ich die jetzt. Aber ich habe ja nur einen, ne? You can seat more than one person on the table. Ach, hier sind zwei. So, hier, bitteschön. Seed them here. Gut gemacht. Sie brauchen einen Moment, bis sie, genau. They will take a moment to see what we have servings today. Once they have already, and once they are ready, tell, put their menu down and you go to check them out. Okay. Also, wenn sie das Menü runtergelegt haben, kann ich sie, ähm, gucken, was sie essen wollen. So, was, wer ist das servieren wir denn heute? So, jetzt bin ich gespannt. Was wird denn heute serviert? Ja, die Restaurants suchen sich, äh, ja, die Gäste wählen nicht aus, was sie essen, sondern wir haben eine strenge Speisekarte. Okay, mögt ihr das? Ich muss sagen, ich finde beides gut. Ich finde es gut, wenn es immer eine feste Speisekarte gibt und so Specials. Muss ich sagen. You'd know that I, if you read the interview. Das würdest du wissen, wenn du das Interview von mir gelesen hättest. Oh, ganz schlimm. Ich kann euch nur sagen, Leute, wenn ihr euch wo bewerbt, informiert euch immer über die Firma und über alles andere, ne? Ganz wichtig. Oh, okay. So. Gut. Dann warte ich mal, bis sie das Menü runternehmen. So, jetzt sind sie bereit. Äh, ja, was darf es denn sein? Take the order. So. Ich mag ein Appetizer haben. Okay. Wenn du quasi, once you have the meal ticket, bring it to the marker between the window and the door. Also, wenn ich quasi weiß, was sie haben, die Bestellung aufgenommen habe, soll ich es quasi nach unten bringen. The cooks will start work and whatever order you have right away. Okay. You keep in mind, they prioritize cooking the dessert side meal and appetizer in that order. Okay. Okay. Okay, das heißt, ich muss immer gucken, wenn ich jetzt ihre Bestellung annehme, dass ich ihre auch als erstes abgebe, beziehungsweise erst die Appetizer, dann das side, dann das meal und dann das dessert. Sonst kriegen die zuerst die Nachspeise. Don't pressure or distract any of the cooks if it's taking too long. Okay, ich soll niemanden nerven, wenn es zu lange dauert. Okay. Oh, das soll dich nerven, wenn es zu lange dauert. So, wo mache ich das jetzt? Wo war hier dieser... Ah, hier, ne? So. Äh, once you have the... Genau, wo gebe ich das ab? Wo gebe ich das ab? Kann ich auch rennen? Ja, ich kann auch rennen. Oh Gott, Hilfe. Das ist ja so furchtbar. Hier, oder? Warum nehmen die das nicht? Nimm! Ich muss da rein. Oh Gott, Hilfe. Kann ich da rein? Go outside. Ne, lass mir mal noch... Ich bin gerade noch ein bisschen lost. Ist hier, wo ich das abgeben muss? Kann ich da wieder raus? So, Bro, wo? Bring it to the marker between the window and the door. Aber hier ist doch der Marker. Ah, hier, waiting. Jetzt kochen die. Okay, interessant. Once your orders are finished, you will find it at the window. Pick the order and bring it to the customers. Okay, let's go. So, ich hab den Appetizer. Das ist gut. Den kriegt sie jetzt. Thank you. So, und die will nix essen. Take the order. Ich möchte auch einen Appetizer. Wie ätzend, dass du das einfach beides einzeln aufnimmst. Anstatt beides zusammen. Das ist ja... Das hätte ich jetzt eigentlich schon machen können, ne? Jetzt bringe ich das aber mal beiden. So. Okay. Bitte schön. So. Once they are done with the Appetizer, they will ask for more once you go back over. Don't keep them waiting too long. Okay, so, jetzt tun die wieder... Kann ich das auch abdecken? Ich will den Tisch abräumen. So. Okay, girl. Die Order. Sie möchte einen Main. Kann ich ihre auch gleich annehmen? Auch einen Main. Dann kann ich nämlich beide gleich aufgeben. So. Okay. Machen die hoffentlich jetzt gleich mal beides. Nein, scheiße. Die machen es einzeln. Ja, ja. Ich möchte das gerne nehmen. Kann ich nochmal gleich die nächste aufgeben? Nee. Ich muss immer eins abgeben. Und ich habe die Tischen... Den Tisch noch nicht ab. Es wird einfach drüber gelegt. Oh, shit. Und was ist mit ihrem? Ah, den machen die jetzt. Die hat es jetzt schon leer gegessen. Kann ich das bitte mitnehmen? Ich kann es nicht mitnehmen. Shit. Ist das... Wie geil. Ich lege es einfach drauf. So, hier, bitteschön. So. Okay, once you're ready for the bill, go behind the counter and... Okay, nice. Ich mache ja irgendwie gefühlt alles, oder? Ganz schön anstrengend. Okay, hier ist dein Geld. 200 Dollar. Die meisten Kunden will ask for the full cost of appetizers, side meal and dessert. Also die meisten wollen alles. Die wollen Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Once they're done with their meal, make sure to clean their table. Okay, ich muss quasi jetzt den Tisch abräumen, damit die nächsten kommen können. So. So, du bist nicht in der Lage dazu, den Tisch zu servieren. If that's the case, the trash is probably full. Come back to the kitchen to check the garbage. Okay. Boah, Leute, das ist richtig stressig. Okay, was ist das hier? Trash. Yeah, seems like... Okay, ich muss jetzt wahrscheinlich das nach draußen bringen, ne? Ja, scheiße. Take trash out. Okay, outside. So. Put away. Irgendwie ist es doch hier sassy, ne? So geil, wie ich laufe. Okay. Dann, äh, räumen wir mal ab. Clean up. Okay. Dann, äh, muss ich den nächsten Kunden schon entgegennehmen. So, hallo, der Herr. Was darf es denn sein? Ein Table für einen. Okay, dann setze ich den mal hin. Hier, bitteschön, ihr Tisch. So, der hat jetzt gleich reserviert. Ja, bitte. So, ich möchte einen Appetizer. Easy. Guck mal, jetzt habe ich es richtig drauf. So ein richtiger Gangster hier. So, was machen die das Essen? Hm, ich habe richtig Hunger, wenn ich das Spiel spiele. So, nehmen wir das. So, hier, bitteschön. Für sie. Dann gucke ich ihn beim Essen. Ey, der hat es einfach schon wegge-yeated. Kommt direkt das nächste. Wie unangenehm, wenn du isst und der Kellner wartet so auf dich. Hm, haben sie schon gewählt? Was darf es denn sein? Do you have to-go-Boxes? Okay. Äh, yes, we do. Oh, das weiß ich nicht. Soll ich Ihnen eine to-go-Box mitgeben, Leute? Hm, ich würde es schon machen. Aber manche machen es ja nicht, ne? Nein. Ja, ja. Okay, ja. Ah, es tut mir leid. Er ist neu. Aber wir haben keine to-go-Boxes. Nein. Oh, okay. Danke, dass Sie das korrigiert haben, Chef. Oh, oh. Wenn ich nicht, äh... I won't be... Ich werde nicht die ganze Zeit um dich herumstehen, um dich zu korrigieren. Oh, Gott. Unangenehm. Aber was ist, wenn jemand sein Essen nicht aufisst? Dann darf er es ja auch mitnehmen. Right, yes, Chef. But what should I do, if you... Worauf weiß ich... Was soll ich tun, wenn ich die Frage nicht weiß? Everything you can not let the patron know that. Ah, das soll man quasi den sagen, dass man es nicht weiß. The convenience is their money. If you have to guess, that's fine. Just as long as you make it look like you know what you're doing and don't promise anything we don't do for them. Ja, okay. Also, wie ihr schon gesagt habt, einfach keine Kacke labern, Fragen oder halt eben... Der Kunde ist König. So, die Order. Er möchte einen Main. So, warten. Ich darf den Kunden nicht wissen lassen, dass ich es nicht weiß. Ja, deswegen würde ich halt immer sagen, dass ich das einfach... Na gut, wenn ich sage, ich tue es nachfragen, dann weiß er es trotzdem nicht, ne? Was? This is taking forever. I'm leaving. Hä? Ist der gegangen? Was? Die haben wahrscheinlich Fastfood-Geschwindigkeit erwartet. Krass, der ist einfach gegangen. Good news is they still have to pay. Also, die müssen immer noch bezahlen, ne? Das ist ja gut. But in the off-chance, a respectable customer loses their patience and leaves. They will likely won't be leaving any tips. Okay, also es gibt quasi auch wieder die ungeduldigen Kunden, die gehen, hinterlassen kein Trinkgeld und hauen einfach ab. Okay. Das ist quasi in dein Interesse, dass das nicht passiert. Okay. But that did leave you with a dead plate. Und das lässt sich dann quasi mit einem leeren Teller oder halt quasi diesen dead plate, wie das Spiel heißt, dann quasi übrig. Unless another table wants that exact order. Okay. Ja, verstehe. Also, wenn ein anderer Tisch die gleiche Order will, ist es ja egal. Ansonsten, wenn das Essen übrig bleibt, ist es halt mein Problem. Perfectly good meal gone waste. Dann wird ein perfektes Essen quasi weggeschmissen. Dann bringe es zum... Oh Gott, wenn es einer nicht isst, muss ich es wegschmeißen. Oh, das tut mir so weh, ne? Wenn du Essen wegschmeißen musst. Oh. Gott. Das ist ja unangenehm. Some other things may come up, but for now we seem prepared. Okay, starten wir unsere Schicht. Okay. So, now that you're probably trained. Also jetzt, wo du möglicherweise gut trainiert bist, bist du bereit für deine erste Schicht. So, hier ist unser Menü des Tages. Appetizer main side desert. Oh Gott. Appetizer main side desert. Oh Gott, okay. If you need me, ich bin, wenn du mich brauchst, ich bin hinten. Viel Glück. Einer, der das allein macht. Das ist schon echt wild. Für so viele eigentlich Gäste hier. Uiuiuiui. Okay. Das Essen, was nicht weggeschmissen, das bekommt der nächste Gast. Genau, aber das andere wird halt weggeschmissen. Also nur, wenn der Gast auch gegangen ist. So, ein Tisch für zwei. Let's go. So, bitteschön einmal sitzen, die Dame. Wunderbar. Da oben ist auch meine Schicht, ne? Was will sie? Sie will einen Appetizer. Ihre kann ich nicht annehmen, ne? Man kann immer nur eine annehmen. Kann auch jetzt nicht eine annehmen. Ist ganz schön doof, wenn du nicht hier auch einen Appetizer hast. So, dann nehme ich den jetzt. Nehmen. Kann ich dann denen schon mal einen Auftrag geben? Ja, kann ich. So, das heißt, sie kriegt den schon mal. Dann kann ich den ihr schon mal geben. Oh Gott, das wird wirklich stressig. Ne, wir sind erst beim ersten Tag. Das ist wieder der ungeduldige Sack. So, den setzen wir gleich mal hier hin. Seat dem. So, was darf sein, Girl? Ein Main. Und sie will auch ein Main. So, okay. Ich hab's gut drauf. Gut, dass wir Story gespielt haben. So, Waiting. Was will er? Will einen Appetizer. Das heißt, sie kriegt jetzt ihr Main. Wir machen noch schnell den für sie fertig. Oh Gott, ich glaub, das wird richtig übel werden, Leute. Die sehen auch alle so gruselig aus. Ich weiß ja nicht. Können wir seinen Appetizer schon mal machen? Oh, shit. Das Main Menu ist gut. So, hier. Angst vor dem Mann. Der geht jetzt bestimmt gleich, weil er genervt ist. War unangenehm. Wieder unten. Die essen die ganze Zeit. Die eine ist schon bei der Vorspeise, während die andere noch die Hauptspeise ist. Das ist echt unangenehm. So, was will sie? Eine Side. Sie will auch eine Side. Isst man nicht die Side zusammen mit der Hauptspeise, Leute? Darf ich nicht durcheinander kommen, ne? So, bestellen wir noch die andere Side. Ein Dessert für 18 Tische. Aber ist das nicht eigentlich so? Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte noch dazu irgendwie Brokkoli oder Spinat, dann lasse ich mir das doch nicht extra holen, oder? So, und die sind immer noch am Fressen hier. Ein Dessert. Das würde ich schon mal machen. Vor allem, wie unnötig oft ich dann an den Tisch muss, ne? Nur weil die die ganze Zeit... So, du kannst mit beiden gleichzeitig das Essen tragen. Glaubst du? Probiere ich jetzt gleich mal. Der will ja auch noch was. Eine Side. Ne, doch. Ne, kann ich nicht... Immer nur eine leider nehmen, weil in der anderen Hand hat er ja... diese blöde Weinflasche. Puh, ey. Wild. So. Hier, bitteschön. Der Herr. So, könnt ihr jetzt bitte gehen und bezahlen? Ja. Nice. So. Hier ist dein Geld. Wow. Fünf... Vier Hunde? Die waren für 400 Fressen. Holy shit. So. Er mag noch ein Dessert. Der alte ist noch nicht durch. Und ich mache das alles alleine, ne? So, kann ich es bitte abräumen? Wieso kann ich es nicht abräumen? So. Geht bitteschön, ihr Dessert. Kann es sein, wenn ich es nicht abräumen muss? Oder abräumen kann, dass dieser scheiß Müll voll ist? Oh nein. Okay, ich muss echt alles allein machen. Ne, es geht nicht. Kann ich abräumen? Wahrscheinlich am Ende, ne? So, ich komme ja schon. Und bitte nicht... Oh nein, das muss ich hier oben lang. Wehe, der geht jetzt. So, der Herr. Hier ist your money. Für 200 war der Essen. Holy shit. Was ein anstrengender Tag, ey. Kann ich kündigen? Tag 1, der Shift. Ich habe quasi Green Onion Rolls freigeschaltet. Das sieht schon richtig geil aus. Können wir bitte aufhören? Spiele, die uns essen, sich drehen zu spielen, während ich Hunger habe? Wo ist meine Hood? Die sieht aber echt nicht ordentlich aus. Okay, eine Gitarre. I should really finish up, write these. Er schreibt gerade Song. Eine schlamperige... Oh Gott, er hat hier ein Fahrrad drin liegen, ne? Holy moly, ey, bro. Reheat leftovers. Oh. Die übrig gebliebenen Sachen kann ich reheaten und essen. Geil. Nice. Ja, kann ich das mal hier bitte alles aufräumen? Okay. Okay. I should stick to take out or something. Achso, kann ich das nicht? Ne, er macht es nicht. Okay. Blah, blah, blah. Some parts of the screen are cracked. Also einige Teile des Fernsehs sind kaputt. Also ich wäre dann tatsächlich ready to sleep, ne? Lie on couch, look out the window. Ich lege mich mal auf die Couch. Und save. Ganz wichtig. Ich glaube, es gibt wieder mehrere Enden. Wie geil, dieses Geräusch. Das erinnert mich sehr. Ach, ich kann hier raus. Kann ich hier irgendwo draufklicken? Ah, warte mal. Ich will nur mal look out the window. Was kann ich denn hier machen? Nix. Nochmal look out the window. Okay, hier ist ein Licht an. Okay, jetzt müssen wir es merken. Da passiert ein bisschen noch kranke Scheiße. So, End Day. Erinnert mich immer auf einen neuen Speicher zu speichern. So, was ist denn das für mein Equipment? Startschicht. No, dankeschön, Henry Butch. Tut mir leid, ich bin zu spät. Tut mir leid. Tut mir leid, reicht nicht aus. Das ist dein zweiter Tag und du bist schon bereits. Warum siehst du so aus? I thought the biking really fast. Ich bin so schnell gefahren mit dem Fahrrad, wie es geht, durch den Regen. Und jetzt habe ich gemerkt, dass mich das nur noch schneller nass macht. Oh mein Gott. Okay, ich trocke dich. Voll nett, ey. Süß. You can't be seen by customers. Die Kunden dürfen dich nicht so sehen. You do not umbrella. Weißt du da nicht, dass, äh, 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 wusstest du, dass Regenschirme existieren? Ich besitze keinen. Ich gebe dir meinen, damit du so zurückkommst. Das sollte nicht nochmal passieren. No, er ist nett zu uns. Süß. Oh, danke, aber wie kommst du da nach Hause, ohne nass zu werden? Ich lebe hier. Wie, im Restaurant? Mein Apartment ist die Treppen runter. Oh ja, das macht wirklich Sinn. Wow. Gibt es ein Problem? Nein, es ist nur... Ist das nicht besorgniserregend? Like, if something happens to the building, äh, it's all gonna be gone. Also, wenn etwas mit dem Gebäude passiert, dann ist alles kaputt. If you have enough time to know sense, talk no sense. Genau, wenn du aufhörst, wenn du genug Zeit hast, über Nonsens nachzudenken, dann bist du bereit für die Arbeit. Wir haben eine lustige Beziehung miteinander. Okay, also Appetizer main, Zeit und Desert. Okay. Mhm. Wir Regenschirme sind wie Bielefeld, die existieren nicht. Table for two, please. Ey, die sehen aber auch richtig gruselig aus, ne, die Leute. Daraus könnt ihr eine Story machen. Okay. Ich glaube, es wird noch einen Tag geben, wo alles voll ist, ne? Take the author, ein Appetizer, dachte ich mir schon. Die nehmen auch wieder alles, ne? So, bitte einmal machen. So, da kommt schon wieder ein neuer Kunde. So. Ich mache jetzt mal kurz noch das Desert-Tipp. Ich habe irgendwie Schiss, dass die gehen. Ich kenne noch nicht deren, deren Mut. So. Hier, bitteschön. Und den nehme ich jetzt dran, weil ich glaube, der könnte sonst gehen. So. Die beiden haben echt Couple Vives, ne? Er ist alleine. Was hat der gesagt? Table? You can't see... Okay, gut. Gut, dass ich es nicht angeschaut habe. So. See them. So, was darf es sein? Ein Main. Ein Main. So, das mache ich jetzt erstmal. Jetzt wird es jetzt stressig, Leute. So. Ich nehme die trotzdem mal an. Was wollen die jetzt? Oh, shit. Shit, ich bin schon überfordert. Okay, Leute. Was wollt ihr? Ein Appetizer? Ein Appetizer. Also, mich nervt das ein bisschen, dass ich das nicht alles doppelt nehmen kann, ne? Das würde ich schon gerne machen. Okay. So, und jetzt gebe ich deren Bestellung mal auf. Was war die längste Zeit, die ihr eigentlich gewartet habt, Leute, in so einem Restaurant? Oder seid ihr schon mal gegangen, weil es zu lang gedauert hat? So. Shit, ich habe ihr es noch nicht gemacht. Gott, Hilfe. Das kann nur schlecht ausgehen, wenn er schon bei der Hauptspeise ist und sie hatte noch nicht mal ihre Vorspeise. So. Eine halbe Stunde, zwei Stunden. Zwei Stunden, zehn Minuten, 45 für ein Bier. Boah, jetzt sind es vier Stunden. Da bist du geblieben. Bist du dann aufgestanden gegangen? Boah, das ist aber schon wild, ne? Shit, was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Main. Wer wollte Main? Die wollte Main, ne? Oh, shit. Bin ich echt im Struggle langsam. Jetzt muss ich aufpassen. Was wollte die nochmal? Main. Wollte das Main. Hier, bitteschön. Oh, die hatte noch nicht mal ihr Main. Das ist ja furchtbar. Ich komme nicht nach. Es ist so bescheuert, dass man diese ganzen Bestellungen unterschiedlich schnell macht. So, hier, bitteschön. Nehme ich nochmal ihn an. Side. Und die beiden. Oh, das ist wirklich stressig. Wie soll denn das später ausgehen? Desert. Desert. Desert, Leute. Zwei bis drei Stunden. Das ist schon lang, Leute. Da hattet ihr wirklich schon viel Muße, ne? So, eigentlich ganz cute hier. So, wer will hier noch das? Die da, ne? Ah. Okay, sie wollten Side. Oh, jetzt habe ich ihr was falsch gegeben, ne? Shit. Ich komme nicht mehr mit. So, jetzt machen wir noch den. Okay. Was darf es denn hier bitte sein? Ohne, dass die mich töten? Eine Side, ne? Oh, shit. Shit. Oh nein, jetzt muss ich es wegschmeißen, ne? Oh Mann, jetzt ist er gegangen. Oh, jetzt ist er gegangen. Wie ungeduldig. Ich habe nicht mal bezahlt. Oh, shit. Danke. Shit, Leute. Wenn das jetzt der Chef sieht, ne? Es war, äh, es war mein Geburtstag und wir waren bei einem teuren Restaurant und da viele Gäste da waren, hat es lang gedauert und ich bin eine ruhige Person, aber ich war genervt, das glaube ich. Ich hatte gar keinen Bock, äh, geändert zu sein. Vor allem alleine Respekt an die Kellner, absolut, weil die Leute, die haben ja Hunger und viele Leute sind ja eh schon hangry, also angry, wenn sie kein Essen bekommen. Wenn du dann dafür fertig gemacht wirst. Ich habe einen Blueberry Crab bekommen. Geil, ein Crab ist, oh. Geil. So, wir gucken mal kurz aus dem Fenster. Immer noch nichts. Kann ich ja nicht länger gucken und da passiert vielleicht was? Look out the window. Das mag ich sehr, so dieses Horrorfeeling, wenn du irgendwo bist und dann die Möglichkeit hast, irgendwo rauszuglotzen, ne? Das ist schon richtig gruselig. Gibt es hier sonst noch irgendwas, was ich anschauen kann? A pile of newspapers. Ganz viel. Was steht da? Was, was, was? A pile of newspapers, das ist a section of missing person listings. Also es gibt viele vermisste Personen in der Stadt, okay. I can't wait to play these for her when she visit again. I just know she's gonna love the new collection. Ach, hab ich ne Freundin? Maybe she will even stay awake this time. Süß, ich hab ne Freundin. Süß. Cute. Call her. Ich hab ne Freundin. Oh. Süß. Hm, sie wird wohl beschäftigt sein. Oh Gott, bitte sag nicht, dass sie auch schon vermisst wird. I got a feeling. Oh Gott, ich hab so ein Feeling, Leute. Ich hab ein ganz bad feeling. I got a bad feeling. Wenn Leute vermisst werden, ich in einem komischen Restaurant arbeite, ich sag's mal nicht. I got a feeling. That tonight's gonna be a good night. Appetize the main side desert. Ih, was sieht da immer mehr aus wie 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 groß wie Innereien, oder? Okay, sah das nicht grad aus so wie Innereien? Oh je, das ist ein Tisch für vier. Oh, da will der allein sitzen. Warte mal, hab ich den grad überhaupt angenommen? Table for four. Seat them. Ah, für vier. Oh Gott. Seat them. Oh Gott, help me. Take their order. Ich möchte ein Appetizer. Okay. Kann ich jetzt nicht die anderen auch annehmen? Okay, die wollen alle Appetizer. Werden da etwa Restaurantkritiker der Nahrungskette zurückgeführt? Hahaha. Der Nahrung, genau. Restauranttester werden der Nahrungskette zurückgeführt. Ey, kannst du dir den Satz mit aufschreiben, like ihn mir schicken? Ja, aber voll. Shit. Aber jetzt muss ich den ja viermal das bringen, ne? Gott, die Appetizer. Das muss ich jetzt wahrscheinlich so, waiting. Wer kriegt denn jetzt was? Okay. Shit. Das könnte jetzt heikel werden, ne? Was will der? Okay. Oh, jetzt habe ich ihnen den Appetizer schon gegeben. Ups. Oh je, die müssen wir schnell verköstigen, ne? Die werden sonst echt aggro hier. Die waren ja als erstes da. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Oh, my life, be like. Okay. Das ist halt so doof, wenn du das Essen nicht gleichzeitig bringst, ne? Das ist halt echt doof, wenn dann die anderen schon mal essen. Okay, könnt ihr bitte alle, die stellen eh alles gleiche. Okay, we'd like the main. Easy. Mach mal. So, das ist, was will der? Die Side. So, das heißt, die Side wird jetzt gemacht, glaube ich, oder main? Ich bin mir gerade unsicher. So, jetzt kommt die Side. Die darf ich jetzt natürlich ihm geben. Machen wir gleich nochmal. Okay. So, hier bitteschön. So, dann machen wir gleich nochmal. Fehlt nämlich noch eine. Yes, jetzt hab ich's raus, Leute. Bin die Beste. So, geil. Ich mach alle glücklich. Ich hab richtig Bock, in Restaurant essen zu gehen, mich das hier seh. So richtig gut. Ich glaub, deine Freundin liegt gerade in einem warmen Topf. Ich hab irgendwie so ein Feeling, dass sowas passieren kann, ja. Ja, das ist doch, ach, das ist ein Nachtisch, das ist eine Birne. Ich dachte, das wär eine Leber. Okay, Leute, ich glaub, wir haben Glück. Es ist noch nichts Sassies. Okay, was will der jetzt noch? Der will jetzt zahlen. Danke, danke. Schau, 200. Ey, die fressen die einfach für so viel Geld. Das ist Wahnsinn. So, wir warten, wir warten, wir warten. So, nochmal. So, die Side. Der Kellnerjunge erinnert mich ein bisschen an den einen Typen von Ratatouille. Stimmt. Soll er wahrscheinlich auch sein, ne? So, dass ich immer nur einen Teller tragen kann, das ist so unproduktiv. So. Wie gesagt, es stresst mich enorm, dass die unabhängig voneinander essen. Dass so, jeder kriegt seinen Teller irgendwann, die anderen sind schon fertig und warten. So. Hier, bitteschön, der letzte Teller. Jetzt gibt's noch, jetzt gibt's noch, äh, Deserts. Ich muss sagen, ich, wenn ich in einem Restaurant bin, wo es nicht nur, äh, kleine Tropfen zu essen gibt, hab ich eigentlich meistens gar keinen Bock mehr auf ein Dessert. Ähm, weil ich's gar nicht schaff, tatsächlich. Aber ich bin eher so ein Vorspeisentyp. Ich bin auch gar nicht so der süße Typ. Ich find dann eher so eine gute Vorspeise und eine gute Hauptspeise ist mir viel wichtiger als so ein Desert. Wie ist's bei euch? So, bitteschön, hier einmal eine Birne, die höchstwahrscheinlich eine Leber ist oder eine Niere. Eine Niere, wahrscheinlich. Sieht aus wie eine Niere. Das ist doch 100 pro eine Niere. Das ist doch keine Leber, oder? Oder keine Birne. Kann doch keiner erzählen. Ich kenn's mir schlimmer. Ich find das voll schlimm, weil den, dann ein paar Sachen von, beim Essen werden, wenn man noch wartet. Was genau meinst du? Vergiss nicht, den Tisch sauber zu machen. Kann ich aber irgendwie gar nicht. Tatsächlich. Also ich kann den Tisch hier nicht sauber machen und ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht ist ja hier irgendwie, muss ich den Trash rausbringen? Take Trash out. Oh! Oh, es tut mir so leid. Da ist etwas im Mülleimer. I think I may have ripped the bag. Ich habe ausgesehen die Papiertüte, also den Müllbeutel aufgerissen und, oh mein Gott, ich glaub, ich hab mich geschnitten. I swear I didn't throw away anything. I wasn't. Es tut mir leid, ich hab nichts weggeschmissen. Ähm. Sagt das grad ich oder er? Ich glaube, es hat mich verlässt. Ich schwöre, ich hab nichts weggeworfen, was ich nicht hätte wegwerfen sollen. Glaube ich nicht. Ich kann diesen, diesen Müll auf jeden Fall wegmachen. Oh mein Gott, ist er ein Vampir? Oh mein Gott, er hat mich geschlagen. Ah! You don't need to worry about that. Someone else will get the mess. Du musst dir darüber keine Sorgen machen. Jemand anders wird den Müll rausbringen. Lass mich deine Hand sehen. You can be self. Du kannst auf jeden Fall keine Kunden damit bedienen. Sei auf jeden Fall einfach nächstes Mal vorsichtiger. Ja. Okay, er hatte jetzt richtig Schiss, dass ich... Warte mal. Er hatte Schiss, dass ich hier irgendwas sehe, ne? Don't talk shit to me, ne? Er hatte Schiss, dass ich irgendwas in einem Mülleimer drin sehe. Boah, 800 Dollar, ey. Einfach mal eine geklatscht bekommen. Ich hab auch voll die Couple-Vibes. Oh mein Gott, Squid Inkpasta. Mmh! Ich ruf noch mal meine Freundin an. Ich ruf meine Freundin an. Bist du da? Hallo? Hm, sie ist immer noch beschäftigt. Das ist aber seltsam. Hm. Ich hab schon wieder das Essen verbrannt. Das gibt's doch nicht. Irgendwie ist das mit meiner Freundin ganz komisch. Ich erreiche sie seit Tagen nicht. Gucken wir mal aus dem Fenster raus. Immer noch nichts. Seltsam. Wer lebt da überhaupt? Ist ja nicht das Restaurant, oder? Warum kann ich da rausgucken? Ich find das Game jetzt schon geil. Ich liebe solche Spiele einfach. Wenn du nicht weißt, was passiert und du ahnst schon was und dann schippst du die beiden schon und uh. Oh, jetzt hat du mit meiner Backe weh, oder? Oh nee, your body starts dein Körper fühlt sich also dich juckt es. Ich soll mich kratzen. Oh, warum kratze ich mich? Ich muss mich kratzen. Mein Körper juckt mich. Oh, nicht genug, nicht genug, nicht genug. Oh, ich muss nicht mehr kratzen. Mehr kratzen. Oh. Oh, oh, ich bin in Fleisch portioniert. Ähm, okay. Sie ist auf Geschäftsreise. Sie ist das Essen. Appetizer und Zeit. Okay, let's go. Ey, das ist so lecker. Ich würde da auch gerne essen. Infektion eingefangen, wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich, ne? Ich hab die Infektion. Und wieso juckt sein, wenn man sich irgendwo schneidet? Was ist das für eine Infektion, glaubt ihr? Boah, die sind aber schnell. Ein Appetizer. Ein Appetizer. Let's go. Ja, ich sag ja immer, man muss solchen Spielen immer ein bisschen Zeit lassen. Die werden richtig nice. Das ist genau der Shit, den wir doch lieben, wir kleinen Perversen. Hm, was ist denn das? Aus wie Eier mit Senf. So viel. So, was geht? Jetzt sie doch an den vorderen Tisch. Ja, hast recht, ne? Hast recht. Auf vier. Aber jetzt müsste ich eh nach hinten rennen. So, was darf sein? Ein Main und ein Main. Main. Let's go. Wir machen einen Main und ein Main. In der Zeit, wo die das Main machen, nehme ich hier mal die Order auf. So, die Appetizers. Mach gleich nochmal hier einen. So, let's go. Bitte. Let's go. Das ist die Ink. So, hier bitteschön. Jetzt kommen die Mains. Oh nein, die sind viel zu schnell. Könnt ihr auch werden so schnell zu essen? Ich komme gar nicht hinterher. So, nochmal. So, wunderbar. Ich würde gerne mehr Bestellungen aufgeben, bitte. So, was darf es denn hier sein, bitte? Oh. Zeit. Könnt ihr nicht bitte auch einfach zu zweit bestellen, wie die anderen das machen? So, jetzt nochmal hier. Uiuiuiui. Jetzt kommt, glaube ich, das andere dazwischen von denen, ne? Ja, jetzt kommen die Sides dazwischen. Not good. Aber okay. Oh, ho, ho. I do this, Leute. Ich muss nochmal in den Müll gleich. Ich will unbedingt nochmal wissen, was im Müll ist. Und so it begins. Ist der schon hier? Das gibt es noch nicht. Was willst du? Desert. So, Desert wird gemacht. Was wollen die? Die wollen jetzt Main Cause, ne? Und die? Oh, my life. Wie like. Oh, sieht das gut aus. Das sieht doch auch schon wieder wie Blut aus, oder? Bitteschön. Ich komme nicht nach. Hilfe. I can't. Ich will doch nur zum Mülleimer gehen. Das mache ich, wenn die in der Kasse stellen. Ich weiß ja nicht, ob die auch gehen, wenn die zu lange an der Karte warten. I'm not sure. Aber ich probiere es mal. So. Ich weiß noch gar nicht, ob das Auswirkungen hat, wenn ich das nicht schaffe. Um ehrlich zu sein. Danke für die Subs, ihr kleinen Ausraster. Ich glaube, die eine rastet jetzt aus, weil die ihr Essen nicht kriegt, ne? Ja. Die wird jetzt ausrassen. Oh, ich habe das noch nicht mal aufgenommen, ihre Bestellung. Oh shit. Oh shit. Deswegen. Oh no. So, ich gehe jetzt noch mal kurz zum Mülleimer. Das habe ich nicht gewusst. Verdammt. Wer zur Hölle denkst du, dass du bist? Oh. Es tut mir leid, Chef. Ein, ein tut mir leid ist, doesn't fucking cut it. Ein, ein verdammtes, äh, tut mir, äh, tut mir leid, bringt es nicht. Do you think a dish like that is a, glaubst du, ein, ein Gericht wie dieses ist akzeptabel in meiner Küche? Nein, Chef. Okay. Denn, why, warum hast du es dann gemacht? Ich weiß nicht, Chef. Ich muss. Du weißt es nicht? Oh God. It slipped my mind. I, Paul, es, es tut, es ist mir in den Gedanken gekommen. Es, es tut mir, oder ich habe quasi meine Gedanken schleifen lassen. Es ist mir entfallen. Es tut mir leid, Chef. Oh je, die Arme. Was sagt die? Oh Gott. Ich glaube, wir kriegen immer mehr mit, was hier eigentlich abgeht, ne? Etwas Mehl war in der Nähe des Herdes zurückgeblieben und ich wollte nicht erwischt werden. Und du dachtest, sein Chef wäre ein Psycho. Erwidere mir nichts. Erwidere mir nichts. In meiner eigenen verdammten Küche, verdammt. Wenn du vorhast, ein halbwegs anständiger Koch zu werden, dann gibt es keinen Grund, vor so etwas wie einem Herd Angst zu haben. Dann verbrennst du dich. Also Koch. Wenn du diesen einfachen Dingen nicht folgen kannst, dann bist du ein verdammter, und dann ist es deine verdammte eigene Schuld. Ja, Chef. Ich konnte dich nicht hören. Ja, Chef! Okay, ich brauche eine Pause. Geh zurück zur Arbeit. Ich glaube, mein Chef ist ein bisschen... krass. Was gibt es draußen? Go outside. Oh, da ist er ja. Hey, Vince. Was willst du? Bist du Single? Warum fragst du? Ich weiß nicht. Ich bin nur neugierig. Ich meine, du musst ja wirklich eine Menge Frauen haben. Natürlich. Also, bis... So, aren't you seeing... Also siehst du niemanden von denen? Look, I'm really not getting refuted. Also, ich möchte nicht, dass du... mit dir darüber sprechen. Well, I guess just... Warum bist du dann hier? You just stand around, watching other people work most of the time. You don't actually cook. You're more than stable enough in finance. Also, ich frage ihn quasi, warum er eigentlich nicht arbeitet, nur die ganze Zeit rumsteht. Couldn't you just get a manager to run the place while you relax? Also, ich frage quasi, ob er nicht einen Manager sich holen kann, weil er die ganze Zeit drauf aufpasst. Dann kann er sich ausruhen, um mich ein bisschen zu chillen. I don't run... Ich mache diese Sachen nicht für Geld. Weißt du? I've got actually steak here. This is me letting down. Steak, was meint er damit? Ich habe den tatsächlichen... Hier geht es wirklich darum, dass ich mich niederlasse. Nicht darum. Chasing pretty romances isn't the end all be in all in life. Okay. Irgendwelchen schönen Romanzen hinterher zu laufen. Die Jagd nach kleinen Romanzen ist nicht das A und O in meinem Leben. Okay. Pretty romances. Pretty romances. Wie tut man das denn übersetzen? Kleine Liebesromane nennen die das. Who is this all for if it isn't for someone? Wofür machen wir das alles, wenn es nicht für eine Person ist? What's even the point if you don't have a wife or kids to share with it? Was ist es überhaupt? Was bringt es überhaupt, wenn du nicht meine Frau oder ein Kind hast, mit der du all das teilen kannst? Okay. Also hier wird schon im Chat wieder unfassbar hier gekappelt und gebounded. Isn't it enough to... Reicht es nicht, wenn man sich selbst hat? Chisch. Suit yourself. Steht dir. Ja. Stimmt. Würde gerne in den Müll gehen. Der raucht. Ja, der ist schon actually hot. Also ich muss ehrlich sagen, die Story gefällt mir jetzt so gut, dass ich von den beiden tatsächlich Bock hätte, ein Anime zu haben. Ich würde gerne von den beiden ein Shipping-Anime sehen, wo so langsam sich das aufbaut, dass der im Psycho ist und die doch irgendwie dann... Ja. Fände ich schon nice. Wir wollen Side. Das würde ich schon fühlen. So. Also er tut... Er ist auf jeden Fall Single und tut es nicht fürs Geld. Das wissen wir schon mal. Das wäre doch... Ich finde, oft sind so kleine Indie-Games oder so kleine Games, die man nicht auf dem Schirm hat, haben oft einfach die coolsten Stories. Also allein das Coffin von Lily und Andy. Wie geil wäre denn das als Anime? Oder Your Boyfriend. Wie geil wäre Your Boyfriend als richtiger Anime? Also sowas fände ich richtig nice. Naja, musste sie einfach schnell entsorgen. Da hätte ich richtig Bock drauf. So, jetzt essen die und dann sind die, glaube ich, durch. Oder nicht. Der Chef ist halt sehr jealous. Glaubst du, dass der Chef noch jealous wird? Weiß ja nicht. So. Am Schluss nächste. Okay. Hm. Das war also gerade erst die Side. Ich habe gerade erst die Side gemacht, nicht das Dashage. Das erzählen wir aber jetzt. Make underrated Indie-Games popular. Ja, absolut. Finde ich auch. Ich sage schon immer, manche Indie-Games sind einfach geiler als manche Triple-A-Titel. Ich muss es einfach leider sagen, wie es ist. So. Next one. Also wenn es eine Möglichkeit gibt, die Teller alle gleichzeitig zu nehmen, dann sagt mir das bitte, weil ich glaube, die gibt es nicht. Oh ja, Doki Doki Lecture Club. Das habe ich gerade bei Game Grumps angeschaut. Ich kann euch Game Grumps so empfehlen. Game Grumps sind so lustig. Ich glaube, es gibt für mich keine lustigeren Gamer. Natürlich gibt es auch noch PewDiePie Marketplace. Gerade im Englischsprachigen rede ich jetzt als jetzt Game Grumps. Also wirklich genial. Genial. Hier ist dein Geld. Dankeschön. Oh, Shift Complete. Oh, Strawberry Shortcake. Juh. Wow. Was mit meiner Freundin? Kann doch nicht sein, dass sie nicht erreichbar ist, dass sie mir keine Sorgen machen. Nach vier Tagen, wo ich sie nicht erreiche. Okay. Okay. Ich juck's auch nicht. Hier, ich habe immer noch für sie ein Lied gemalt, äh, geschrieben. Wie süß. Das ist so weird. Und was mit den Leftovers? Reheat Leftovers. We ended up burning them. Ey, jeden Tag das gleiche. Der Typ ist aber auch echt anstrengend. So, wir gucken mal aus dem Fenster. Looking out the window. I asked myself. I contemplated. Is he beep bigger than mine? Wer Game Grumps kennt, weiß, was ich meine. Nee, passiert nichts. Wir legen uns noch mal hin. Lie on the couch, save the game. And go, oh, dieses Geräusche, wie so ein Castlevania. Woohoo. End the day. Ich habe immer diese komischen Träume, ne? Warum kann ich nicht erzett mich zu bewegen, ne? Ich kann mich nicht bewegen. Oh, oh mein Gott, ich bin gekocht worden. Ich bin eingeschweißt. Ich träume schon irgendwie, dass es nicht so ganz normal ist, ne? Irgendwas stimmt hier nicht. Was geht mit ihm? Ich rede mal mit ihm. Hey Vince. Hey Ro. Jesus, du siehst schrecklich aus. Hast du überhaupt geschlafen? Oh, ich hatte Albträume. Ja, das kann ich dir sagen. Brauchst du irgendetwas? Kann ich eine Pause haben? Was liest du? Was ist dein Lieblingsessen? Frag ich. Hm. Nicht wirklich, nein. Aber ob er ein Lieblingsessen hat. Hm. That sounded pretty non-committal. Was ist denn das? Das klang ziemlich unverbindlich. Well, that's not much, that I can really pick from. Okay, kann das sein, dass er gar nichts essen kann? Nun ja, es gibt nichts viel, aus dem ich wirklich eine Auswahl treffen kann. Hm, das ist nicht die Antwort. Dann denke ich, Zitronen. Zitronenkuchen, Zitronen-Tarts. Nein, einfach nur Zitronen. Okay, und wie kannst du es aushalten, einfach nur Zitronen roh zu essen? Sind sie nicht sehr sauer? Das war, I wouldn't know. Das, das weiß ich nicht. I don't have any sense of, ach, er kann nichts schmecken. Was? Yeah, I could see the decorations out here. What's that go to do with it? Ich kann diese Dekorationen hier sehen. Was hat es damit auf sich? Was? Nein. No, I lost my ability. Ich habe so, er dachte, ich meine den Geschmack der Einrichtung und er hat gerade gesagt, die Einrichtung ist doch scheiße. Nein, ich meine den Geschmack, Essen zu schmecken. Als ich jünger war, habe ich meine Fähigkeit verloren, Essen zu schmecken. Was? Ernsthaft? Kein Wunder, your food tastes like that. You must be... Kein Wunder, dass dein Essen so schmeckt, wie es schmeckt. Du musst dein schrecklicher Koch sein. Was? Was ist los mit meinen Gerichten? Ähm, nichts, Sir. Was ist mit dir? Was ist dein Lieblingsessen? Hm. Muss ich wirklich eins wählen? Ja. That sounds pretty non-committal. Na gut, na gut, na gut. Ich denke, I eat whatever my girlfriend's into. Ich esse immer das, was meine Freundin will. Das ist nicht die Antwort. Es ist immer noch besser als Zitronen. Wie auch immer. So, was will ich wissen? Ob er quasi, ähm, was er liest, frage ich noch. Ähm, ah, er liest eine Restaurant-Review. Review. Was sagt die Review? Hat sie irgendwas erwähnt? Die haben sich nicht erwähnt, nein. Oh, verdammt. Sie tun also nicht den guten Service, äh, äh, schätzen. Denke ich nicht. Okay. Mit der Pause wird wahrscheinlich sauer, das frage ich jetzt nicht. Okay, gehen wir mal, kann ich irgendwie mit dem Trash noch was machen? Ne, okay, weiter geht's. So. Okay, Tisch für zwei. Machen wir die jetzt da hin. So, okay, let's go. I'm ready. I'm ready. So. Ein Appetizer. Die kommen auch immer wieder, ne? Die hören nicht auf. Waiting. Waiting for the DJ. So, wie viel darf es sein? Ein für vier. Oh mein Gott. Einfach wieder vier, Leute. So, dann machen wir hier nochmal einen Foodie. So, und der ist, also der schmeckt nichts, ne? Das ist aber weird. Als er klein war, hat er den Geschmack verloren. Um Gottes Willen, Hilfe, es kommen immer mehr Shit. Ähm, die wollen Appetizer. Oh shit, ich packe das nicht. Okay. Für zwei. Oh mein Gott. Ich bin alleine, Mann. So, was darf es denn sein, Girl? Shit, ich packe das nicht. Shit, das sind viel zu viel. Das packe ich ja niemals. Appetizer, Appetizer. Oh mein Gott, was, 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 was? Das ist ein Main, kriegen die? Oh mein Gott, das schaffe ich niemals. Ich schaffe das alles niemals. Ich kann das nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute. Okay. Kann ich eigentlich nicht einfach mehrfach draufdrücken, damit die einfach, die scheiß, waiting, 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 waiting. Ich glaube, das bringt nichts, ne? So, two more to go. Ne, bringt leider nichts. Oh Mann, das ist voller Stress. Ich packe das jetzt schon nicht. Ich gebe denen jetzt schon mal was, damit die einfach nicht durchdrehen, vielleicht. Ich habe mich Angst, dass die jetzt gleich nervös werden. Und die wollen jetzt auch gleich noch was. Oh, verdammt, die gehen schon, die Schweine, ne? Die war aber dumm. Muss ich jetzt auch mal einfach so sagen. Was wollt ihr bitte? Side und ne Side. Oh Gott, rede mit mir. Okay, Girl. Oh Gott, ich glaube, wenn ich die Bestellung aufnehme, habe ich erstmal keinen Stress, oder? Okay. Kann ich auch einfach die Leute nicht hinsetzen, wenn sie mir zu viele sind? So. Irgendwie ihre Side. Ja, bitteschön. Nochmal gleich eins machen, bitte. Dankeschön. Wer will denn das noch? Ach, die wollen immer noch was. Hä? Ach, das ist für die, Dominus. Oh nein, jetzt muss ich den wegschmeißen. Verdammt. Oh, ich hasse es. Sollte man dann gar nicht nehmen, ne? Throw it away. Fui, da, du, das ist ja furchtbar hier. So, bitteschön. Ich nehme erstmal den Tisch hier auf. Was wollt ihr? The main, was will sie? Desert. Also, ich finde es wie gesagt unmöglich, dass die einfach unabhängig voneinander essen. Das macht mich echt irre. So, direkt das nächste bitte. Das ist ein Desert, das wollte ja die. Das ist das Main. Das kriegen die, oder? Hoffe ich doch, ja. Gott, die sind immer noch nicht fertig, Leute. Das ist ja furchtbar. Also, allein ist echt nicht ohne. Bitte gern noch in eine Hilfe. So, mein Freund, hier, bitteschön. Sieht aber schon lecker aus, muss ich sagen. Hm, Desert. Hier, bitteschön. Ein Desert. die sind jetzt weg. Sehr gut, die sind endlich weg. Wuhu. Endlich. So, hier, bitteschön. Fresst. Fresst. Fresses. So, dankeschön. 400, 400, ey. Das ist wie gesagt echt heftig. Oh Gott, endlich. Aber müssen die sich nicht stapeln bei den vier Leuten? Ja, eigentlich schon. Das tun sie jetzt auch. Es muss immer nur, glaube ich, ja, es wäre schon gut, wenn ich sehen würde, wie viele da noch da sind, ne? Hast recht. So, jetzt wollen die eine Zeit auch noch. Die fressen das ganze Paket. Das ist ja furchtbar. Ey. Frag mich halt, ob jedes Mal was anderes ist. Ne, der steht jetzt einfach nur da. Also echt. Eigentlich läuft der Laden ohne mich gar nicht. Der Typ steht die ganze Zeit nur rum, statt denen zu sagen, hey, wir haben viermal ein Site. Mach doch gleich mal viermal. Da stehen zehn Leute in der Küche. Muss ich die die ganze Zeit antreiben, um zu arbeiten? Das ist ja furchtbar. So, hier, bitteschön. Äh, da. Thank you. Waiting for one more order. Okay, sie warten immerhin. Das ist doch schon mal was. So, hier, friss es. Wart auf, jetzt noch mehr zu essen. Ich ertrage das nicht. Guck mal, ob hier draußen irgendwas ist. Vielleicht sehen wir schon irgendwelche Hinweise, dass hier irgendwas nicht stimmt. Hm, so gerne in den Mülleimer reinschauen. Aber vielleicht ist es besser, dass wir das nicht tun. Lass mich raten. Es wird ein Dessert. Ihr Fresshecke. Ja, wer hätte es gedacht? So. Ist doch immer alle das nehmen, ne, dass nicht mal einer irgendwie sagt, ich will keins. Was ist A, M, D, 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 D? I don't understand. What is it? Das sind meine Ratings. Ach, nur noch einen. Ach, okay, die wollen alle gar nicht immer einen. Das finde ich schon mal sehr gut. Hoffe ich doch. One more. Ne, die wollen trotzdem noch alle haben. Okay. Hammer. So, hier, bitteschön, jetzt verlassen sie den Laden. Ich werde nicht wissen, was mit meiner Freundin ist. What happened to my girlfriend? Ja, was wollt ihr denn noch? Ah, Goodbye. Boah, 800 pounds. Oh. Okay. Der Trash leer. Ist versperrt. Oh. Warte mal, hat der nicht hier irgendwo auch seine Bude? The noise seems to become... Da kommen Geräusche aus dem Kühlschrank. Äh? Okay, wo ist denn der Kühlschrank hier? Oh. Ein Kabinett. Äh, ist es mit Rezepten gefüllt. Looks like he does all the budgeting, er tut quasi das ganze financial zeug bei sich selbst. Newspaper clipping of a wrestling review from a few years ago. It's overwhelming positive and the critic seems excited for the future of the bistro. was eine sehr gute Bewertung ist hier. Portrait picture of a man and a woman. Also ein Bild von einem Mann und einer Frau. The woman looks shockingly similar to Vince. Die Frau sieht schockierend ähnlich aus wie Vince. Also wie der Koch. The frame gathered a large amount of dust. Da ist sehr viel Staub auf diesem Bild drauf. This week newspaper. Oh, there's a review of the bistro. Da ist eine Review von unserem Restaurant. There's a length description of the food that Vince has annotated with notes and recipes. Äh, alteration in response to. Werde ich das nochmal kurz übersetzen. Da steht, es gibt eine ausführliche Beschreibung des Essens, die Vince als Reaktion auf Anmerkungen und Rezepte in der Runde versehen hat. So, mal gucken, was da steht. Er sagt, das Menü der Woche war vielversprechend. Allerdings kann ich vom Service nicht dasselbe sagen. Oh. Von uns. Das Personal an meinem Tisch, äh, das Personal, das an meinem Tisch gewartet hatte, war unglaublich unprofessionell und dreist gewesen. Oh. Es geht um mich. Ich hab schlechte Reviews. Oh. Obwohl das, ähm, obwohl dies ein einmaliger Vorfall gewesen sein mag, war es überraschend, da ich es gewohnt bin, dass die Mitarbeiter von La Goyle, heißen die, Center La Goyle, ähm, mehr professionell sind. Oh, ich bin voll der schlechte Koch. Das ist ja das Schlimme, ne? Es gibt meistens immer nur negative Reviews. Und ich befürchte, dass es sich um eine Geschmacks- und Raffinesseverlust aufgrund des Einstellungsprozesses handeln könnte, für den das Bistro bekannt ist. Mhm. Vince scheint alle Notizen über den Kellner niedergeschrieben zu haben. Hä? Kann ich nicht weiter spionieren? Hä? Aber ich wollte doch noch weiterschauen, da war doch noch was in der scheiß Maschine drin. Und da war doch Geräusche aus dem Freezer. Och, Mensch. Ohne mich wird der Laden gar nicht laufen. Wahrscheinlich kann ich nochmal spüken, oder? Call die nochmal an. Der Chef will halt den Kellner beschützen, ne? Voll süß. Aber warum? Warum will der Chef mich, der Vince mich beschützen? Ja, die Kunden machen halt negative Reviews über mich, ne? Die ist immer noch beschäftigt. Auch Kollege, ey. Looking out the window. Okay. Increase Customer Tip. Okay. Trinkgeld, ne? Okay. Dann probieren wir das mal so. Hä? Wo kommt denn jetzt das Geld her? Okay. 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 Das Parfüm hilft. Aber ich kann nicht alles ausequipen, oder? glaube ich. Warum ist es auf einmal so viel schwerer geworden? Kann ich die alle ausequipen? Equip? Immer nur eins. Ach, das ist ja doof. Also was hilft am meisten? Okay, dann machen wir das. Die Geduld. Oh je. Kann ich eigentlich auch hier mich bewegen? Nee, es hat echt blöd gemacht, ne? Die ist so ungeduldig, die dumme Sau. So, let's go jetzt aber. Können wir das schaffen? Nein, wir schaffen das nicht. So, ich muss mir auch die dummen Dishes merken, so. Ja, bitteschön, ich kenne dich schon. Nee. Setz dich hin, halt die Schnauze. So. Gott, hilfe, ich packe das nicht. So, dann kriegt die jetzt das. Den packen wir jetzt da hin. Dann kriegt die das. Dann machen wir das. So, dann hier bitteschön einmal. Yes, Appetizer, let's go. So, dann kriegt die jetzt das. Die kriegt ein Side und jetzt müssen wir bestellen, 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 bestellen. So, die lasse ich jetzt weg, weil das packe ich nicht. So, eine Side. Das wollten die, Side. So, let's go. Das ist einmal eine Vorspeise. Hier, bitteschön. Dann machen wir das. Oh Gott, bitte geht nicht. Ich habe einen Duft. Riech meine olle Kolonne. So, dann kriegen die jetzt das hier. Nochmal bestellen. So, hier haben wir nochmal eine Side. So. Gott, ich komme nicht nach, ne? Das ist so furchtbar. Ey, ich hasse die so sehr. Okay, ist die andere gewesen. Warte mal. So, was wollen die hier? Ja. Desert, Side. Okay, let's go. Wir haben alles aufgenommen. Jetzt läuft die Zeit. Ich komme nicht mehr mit. So, wer wollte das Kack-Desert? Die wollte das Dessert. Da. Wer will das Side? Die wollen das Side. Die will Side. So, was wollen die haben? Kann ich mit denen reden? Ah, die wollen die Hauptspeise, ne? Main. Nimm doch die Main. So. Ich hoffe, ich habe die von dem angenommen. Ja. Ne Main. Puh, ey. Digga. Wer will die Side? Die will die Side. Die will die Side, ne? Boah, die hat jetzt aber lang gewartet, ne? The Main. Was will die? Ich komme nicht mehr mit. Desert. Die hat fertig gegessen, ne? Oh Gott, Hilfe. Was will der nochmal? Was willst du? Was will die? Wer will das Dessert? Ich komme nicht mehr mit. Die wollte doch ein Desert. Okay. Ich hole nicht mehr Nachhilfe. Ich weiß nicht mehr, was wer will. So, du willst was? Eine Side. Eine Side. Die kriegt das Dessert. Machen direkt nochmal das. Hier, bitteschön. So, bitteschön. Scheiße. Okay. Njong. Gib mir dein Geld. Gib mir dein Geld. Gib mir dein Geld. Gib mir your money. Gib mir your money. Yes, let's go. Hier, friss. 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 Ja. Oh Gott, ja. Jetzt habe ich die im Griff. Oh Gott. Under pressure, Mann. Ich mache schon mal das Essen ready, dass der jetzt durchdreht. Und du auch. Ja, sack los. Du kannst deinen dummen Freund beim Essen zugucken. Bitteschön. Boah, ist gar nicht so einfach jetzt mehr, ne? I'm getting in trouble, Mann. Oh, ey. Mein Brain. Oh Gott. Finally, ey. Verdammt. Oh Gott, die machen mich so fertig, ey. Hilfe. Okay. So, endlich die Quota erreicht, ey. Wehe, ich kriege nicht viel Geld. Danke, du Sau. Boah. Was war das? Ein Tag, ey. Ist ja voll anstrengend. Halt das nicht mehr aus. Tagsex, der Schicht. Mmh. Fresh Lemon Tart. Oh, er hat ja gesagt, er mag Lemon am meisten. Was gibt's jetzt am letzten Tag wahrscheinlich? Okay, wir rufen jetzt nochmal unsere Freundin an. Oh, das kann nicht normal sein. Bitte geh ran. Also, dass ich immer noch der Meinung bin, dass die jetzt beschäftigt ist. Streichhölzer. Uhr. Hm. Okay. Hier. Five hours. Five years experience required. Also, fünf Jahre experience. Okay, das passt. Gut. Irgendwie stimmt was mit meiner Freundin nicht. Look in the fridge. Aha, aha, aha. Da ist auch das Lemon Tart drin, ne? Jetzt. Das Lemon Küchlein. So, looking out the window. Passiert einfach nix. Okay, dann, äh, leg auf die Couch und den Tag beenden. Oh Gott, jetzt werde ich gegessen, ne? Die Träume. Mir gefallen diese Träume nicht. Hier, Main Appetizer. Okay. Ich will jetzt aber erstmal wissen, was hier so abgeht. Wo ist denn der eigentlich, der Dude? Den habe ich jetzt auch schon wieder ein paar Tage nicht gesehen, ne? Es lockt. Es lockt. Cigarette, Smoke. Also, der Typ ist immer noch drin. Okay. For two. Let's go. Yes. Okay. Ist eigentlich der Tag sieben der letzte? Appetizer, Appetizer, let's go. Easy. Lemon Squeezy. Hier, bitteschön, der Herr. Was darf es sein für One? Locken Sie sich bitte hin. Halten Sie die Schnauze. So, hier, bitteschön, einmal für dich. Was darf es sein? Auch ein Appetizer. Wer hätte es gedacht? Okay, und dann hier auch nochmal. Njong. So. Für vier. Um Gottes Willen. Scheiße. Okay, ich weiß, wie ich das packe. Aber ich gebe mein Bestes. The main, ja. Mhm, mhm. So. Dir auch den main. Dir auch den main. So, alle anderen ignoriere ich jetzt. Weil das packe ich sonst nicht. Okay. So. Okay, Appetizer, let's go. Dann haben wir auch nochmal main. Und nochmal main. Ja, ja, gib ihm doch. Gib ihm doch. So. Und nochmal Appetizer. Ey, das gibt es doch nicht. Ah gut, das ist die, die geht. Ich dachte gerade schon. Puh. Boah, ist das stressig. Ich hoffe, das war der letzte Tag, Mann. So. Mhm, 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 mhm. So, was darf es hier sein? Side. Eine Side. Eine Side. Könnt ihr bitte einfach außen zu essen und gehen. Danke. So, hier bitteschön, meine Freunde. Danke, danke, danke. Hier haben wir einmal eine Side. Bombastik Side-Eye. So. Hier bitteschön, nochmal hier unten. Oh Gott, hilf, ich sterbe. Hier haben wir nochmal eine Side. Die gebe ich jetzt dir. Weil der eine Tisch ist nicht so wichtig. So, nochmal mehr bitte kochen, kochen, kochen. Ich lass mich bitte. Ich pack's gerade nicht. So, hier nochmal eine Side. Kochen bitte. Kocht doch, kocht doch. Okay, what? Okay, die unten wollen noch. Oh, die haben schon fertig gegessen. Okay. Oh, jetzt wird's schrecklich. Ah. Ah. Lass mich alle in Ruhe. Ich kann nicht mehr. So, was ist denn das? The Desert. Wer will denn das Dessert? Die. Die sind schon beim Dessert. Die da unten haben so lange gewartet, ne? Sorry, Bros. So, ja, 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 ich weiß, dass ihr mehr beostellt habt. Ich pack das gerade nicht. So, hier nochmal ein Desert. Bitte, bitte, lass den eigentlich Agro sein. Hier riecht mein Ode Parfüm-Dingsbums. Man muss doch echt aufpassen, wie man die Orders annimmt, ne? So, nochmal. Shit, der kriegt sein Dessert nicht, ne? Wie ich mein Ode Parfüm. Und der will zahlen, ne? Oh mein Gott. Äh, wo bleibt das Dessert? Okay. Ich glaub, ich hab's noch nicht angenommen gehabt, ne? Okay, let's go. Oh, hier ist Dessert. Ey, dankeschön. Mit Kusshand kannst du's essen. Nimm. Puh, ey. Hu, 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 hu. Boah, brah. Ich hoffe, das reicht, ne? Ich hab nämlich eine nicht angenommen. Boah. Was der Typ mich aber auch nicht, also das hier komplett mich allein machen lässt, ne? Das ist schon echt kriminell. Und wir sind alle nur hier, weil wir sehen wollen, dass die am Ende richtig hot aufeinander werden, die zwei Dudes. Und deswegen sind wir alle hier. Dabei will der uns wahrscheinlich nur essen, weil er hofft, dass er durch uns wieder was schmeckt. So. Uh, mal live vielleicht. Boah, ey, lass dem die Arme nicht abfallen. So, Leute. Take the order. Ach, natürlich, das Dessert. So, let's go. Hier, bitteschön. Fressen sie. Fressen sie. So, hier, bitteschön. Außen hätten die einfach nur so ein Wein, den die da bekommen. Dankeschön, dankeschön. So. Okay. Wir haben es geschafft. Ich hoffe, dass die jetzt genug Geld geben auch. Oh Gott. Bitte gebt mir genug Geld. Bitte, bitte, bitte. Ich will nicht noch, dass die Oma noch dazu kommt. Das wäre ja furchtbar. Hallo? Geht noch was? Ach gut, ich dachte gerade. Und? Ja, es hat gereicht. Oh Gott. Oh. Ich kündige. Bitte? Ich kündige. Ich, äh. Ich habe bloß gesagt, dass das nur ein temporärer Ersatz wäre für jemanden. Erinnerst du dich? I'm not supposed to give you. Ich habe eigentlich versprochen, dir zwei Wochen zu geben. Ähm. But you've been, seem pretty antsy and uptight lately so. Okay, das lass ich jetzt mal kurz versetzen. Äh, ich weiß, ich sollte dir meine zwei Wochen geben. Aber du wirkst in letzter Zeit immer nicht nervös und angespannt. You're probably wanting someone. Du wirst wahrscheinlich jemanden, der viel mehr qualifiziert ist für diese Position als ich. Well. The position is still available if you need. Ähm. Nun ja, die Position ist ja immer noch verfügbar, wenn du sie brauchst. You sounded fairly desperate when you first asked her. Du hast dir eigentlich sehr verzweifelt angehört, als du das erste Mal gefragt hast, ob du ja arbeiten kannst. Ja. And now you don't need to worry about it. Und jetzt brauchst du dir keine Gedanken mehr darum zu machen. Do you like the meal at least? Mochtest du wenigstens das, was ich dir gekocht hab? Hä? Naja, die Übelbleibsel, die Leftovers. Oh, ähm, ich habe sie alle heute Abend. I will reheat the rest tonight. Ich werde heute Abend den Rest quasi erhitzen. Ähm, it's pretty bitter though. Es ist aber sehr bitter trotzdem. Richtig. Hab eine gute Nacht, Rhodey. Du auch, Boss. Okay, das haben wir gekündigt. Ich hätte aber gerne noch... Das sollte genug sein. Wollen wir jetzt bezahlt? Die haben uns gekündigt. Ich hätte aber gerne in seiner Bude nochmal die, äh, die Schreibmaschine angeschaut. Hey, Manon. I know you said we should take a break and all. Ah, Manon. Seine Freundin. Ich weiß, dass du gesagt hast, dass wir eigentlich eine Pause machen sollen. But I was thinking, maybe we could get dinner. Vielleicht sollten wir irgendwo heute Abend essen gehen. Ich war also in der Beziehungspause, oder? Oder wir sollten eine Pause von allem nehmen. Deine Wahl. I want to say... Ich wollte dir Entschuldigung sagen und... Dein Anruf konnte nicht verbunden werden. Bitte rufen Sie später wieder. Goodbye. Oh-oh. Oh-oh. Auf Wiedersehen. Oh-oh. Jetzt rufe ich Sie wieder an. Manon. Hallo. I need to know if you... Äh, want... Ich müsste wissen, ob du irgendetwas möchtest zum Essen. Irgendetwas essen. Ich möchte heute Abend mit dir zum Dinner ausgehen und... Dein Call wurde disconnected. Bitte rufen Sie später wieder an. Danke. Hör mal zu. Vergiss das Dinner. Kannst du... Kann ich einfach nur deine Stimme hören? Du hast das Telefon schon seit über einer Woche nicht aufgehoben und... Ich muss einfach nur wissen, wo du bist. Dann fahr doch vorbei. Goodbye. Aber wie schlimm, wenn jemand dich erreicht. Das war's. Ich glaube, wir hätten noch viel mehr rausfinden können. Und das werden wir uns jetzt bei anderen anschauen. Wir schauen uns jetzt alle Enten an. Weil unsere Freundin ist weg. Und ich glaube, wir vermuten alle, wo sie sich befindet. Und als ich in dem Raum von dem Chef war, gab es ja einmal noch die Möglichkeit, dass wir seine Schreibmaschine durchschauen. Und es hat ja irgendwas im Kühlschrank geklopft. Und ich glaube, wir wissen, was das war. Das schauen wir uns jetzt an. Oh. You have earned grilled hangar steak. Oh Gott. Und das hangar steak. Okay. Gut, wir schauen uns jetzt vom Cranky Templar. Unten in der Beschreibung ist er verlinkt. Alle Enten an. Wir hatten Ending 1, Table for One, wo wir kündigen. Jetzt kommt Ending 2, best served cold. Also am besten serviert man es kalt. Und da können wir in den Fridge gehen, tatsächlich. Da sehen wir die Wurst. Oh. Moment, ich muss ganz kurz. So. Oh, das ist der Anhänger von... Oh, Manon. Oh Gott. Oh, wie traurig. Das ist wie... Oh mein Gott, was? Jetzt hat er mich umgehauen. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, nein. Struggle. Wir versuchen rauszukommen. Das Seil ist zu stark. Ich komme nicht raus. Oh Gott. There was a saw, but I wouldn't be able to reach... Also es gibt ein Messer, aber er ist nicht in der Lage, an das Messer zu kommen. Verdammt. There's nothing I have done. Also es gibt nichts, womit ich mich quasi aufschneiden kann oder etwas aufbrennen kann. Ihr habt vorhin gesagt, die Streichhölzer. Da brauchen wir wahrscheinlich die Streichhölzer, ne? Oh shit. Oh my gosh. Geh weg von mir. Komm nicht näher. Stopp, stopp. Beruhige dich. You don't have to doing any of that. Du musst davon nichts tun. Hör auf. Sagen wir ihm. You're ending up in the same place, no matter what you do. Du wirst genauso enden, egal was du tust. Äh. Oh shit. Weißt du, eigentlich weißt du was? Ha. Maybe if you're fast, vielleicht bist du sogar schnell genug, um hier rauszukommen. Ähm. Ich gebe dir fünf Sekunden. Du gehst als erstes. Ernsthaft? Das würdest du tun für mich? Du meinst? Hm, natürlich. Geh schon. Oh shit. Das schaffst du halt nicht, ne? Ach, du Kacke. Ach, du Heiligsblechle. Doch, man schafft's. Okay. You can't even bother to hurry when... Du bemühst dich nicht einmal schnell zu laufen, wenn es davon ab... von deinem Leben abhängen. Du bist wirklich enttäuschend. Slash. Rot. Das war das zweite Ende. Dann haben wir noch das dritte Ende. Am besten serviert es kalt, am besten serviert man es heiß. Und wenn du es kalt machst, bekommst du ein Eis und jetzt kommt am besten serviert man es heiß. So. Da geht man auch in den Fridge quasi, ne? Okay. Oh. Oh mein Gott. So, da seht ihr wieder den Anhänger und ich glaube, der Unterschied ist jetzt, dass man wahrscheinlich dann jetzt die Streichhölzer hat, ne? Verdammt, 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 verdammt. Oh mein Gott. Jetzt hat er die Streichhölzer. Use matches und free. Okay. Ich muss sofort hier raus. Und er läuft halt voll entspannt. Wax, also Mehl. Er nimmt Mehl. Er nimmt noch was hier weiter vom, vom Shelf. Und, oh, flip it. Oh, was kann er jetzt machen? Das Fleisch mit dem, also er tut jetzt irgendein Fleisch, äh, quasi schneiden. Jetzt habe ich, ah, Tierknochen. Animal Bones. Waren jetzt aber trotzdem Animal Bones, ne? Da unten ist, aber die Freundin, die er zerhachselt hat. Okay, jetzt tun wir den Bone da rein. Dann geht quasi keinem. Jetzt machen wir, macht er die Tür auf. Die Knochen wurden jetzt in diese Anlage oben reingepackt. Ich weiß nicht, was die jetzt noch macht. Die kühlt wahrscheinlich, äh, jetzt nicht mehr den Kühlraum. Okay, jetzt hat man die Tür geöffnet. Tür ist versperrt, nicht mehr versperrt. Ah, okay, jetzt kann man kommen. Jetzt kann man noch in sein Zimmer, oder? Nee, kann man nicht. Schade, weil da hätte ich noch ein bisschen gerne weiter reingeschlupscht. Hier. A dead plate. Looks like a grilled hanger steak. Okay, ist nur ein steak anscheinend. Oh, shit, da kommt er jetzt. Oh. Oh. Oh, Gott, da hat ein Messer. Hey, vielleicht können wir darüber reden. Warte mal, bitte komm nicht näher. Oh, shit, da beißt mich. Oh, mein Gott. I don't even know what, ich weiß nicht mehr, was ich da sagen soll. Wie konntest du überhaupt nur denken, Essen aus Menschen zu machen? ist, dass du einfach alles kochst? Do you even hear, hörst du dir mal selber zu? No, nein, das ist ekelhaft. I would never serve anything like, ich würde niemals so etwas in meiner Küche anbieten, das ist ja ekelhaft. Aber, aber dann, why her, why me? Warum sie? Why did you do it? What reason would you have to butcher her? Also, wie, wie konntest du meine Freunde nur so abschlachten? So, well, it wasn't planning on being the one to eat. Naja, ich hab nicht geplant, es zu essen. So, who the hell was going on? Wer hat's denn dann gegessen? What did she? Was hat sie dir jemals angetan, dass du sie getötet hast? Because, you were supposed to enjoy it. Oh mein Gott. Weil es dir so geschmeckt hat. Was? The dish was meant to be for you. Das Gericht war, wollte ich dir widmen. Ich wollte es dir geben. Ah, nee, er wollte, dass ich das werde, ne? The dish was meant to be you. Er wollte, dass ich das werde. Er wollte, weil das Gericht war für sie bestimmt. Nee, nee, das Gericht war für mich bestimmt. Er hat das Gericht für mich gemacht, oder? Das verstehe ich doch richtig. Aber du hast es verweigert, es zu essen. Now you've gone ahead and wasted it. Jetzt gehst du einfach weiter und verschwendest es. It was, es war, es war, es war nicht für mich. Das, Vincent, was zur Hölle, bist du verrückt? Das weißt du, oder? Also hat der irgendwie, wollte er mir einen Gefallen damit tun, oder was? Übrigens, du hast mir nie gesagt, was dein Lieblingsessen ist. Warum ich? Mein Ohr. Du hast mein Ohr gegessen. Well, don't flatter yourself. It's probably, you'd have been better cooked. Aber hat er das jetzt gemacht, weil er mich liebt? Ich versuche gerade, irgendwas rein zu interpretieren. Nun, fühl dich nicht geschmeichelt. Das wäre nicht so, als hätte besser geschmeckt, wenn man es kocht. Also, isst du Menschen? Nein. I can't stand eating. Ich mag Essen nicht. No matter the ingredients, no matter the recipe, everything tastes... Also, er mag quasi, egal welche Zutaten, egal welches Rezept, es schmeckt einfach immer gleich. Es schmeckt einfach wie nichts. Das macht mich irre. Aber mit... Mit dir vielleicht. Oh mein Gott. Oh Gott, ist der schnell. Ach du Scheiße. Okay. How long, how long has you known? Wie lange hast du sie schon gekannt? Hast du dich um sie gekümmert? Fragen wir jetzt. Du hast mir da meine Frage nicht, äh, beantwortet, wie lange du sie schon kennst. There's no point in dodging. Das macht keinen Sinn, dieser Frage jetzt aus dem Weg zu gehen, nicht wahr? There's not much airs to fucking hide. Also, es gibt nichts mehr, was du verstecken kannst. Er sagt, it wasn't long, this wasn't some long gift, a short while before you asked for the job. Es war nicht lang. Ähm, er hat sie quasi, ich lese es mal kurz. Es dauerte nicht lang, es war kein langer, long grief, keine Ahnung, was das heißt. Es dauerte nur eine kurze Weile, bis sie um den Job gebeten hat. Ach so, sie hat vor mir um den Job gebeten und dann hat er sie quasi getötet. Sie zeigte vorübergehendes Interesse an mir, aber ich hatte kein Interesse. Es fühlte sich an, als hätte sie ihr Verhalten deutlich verändert. Ach, die wollte auch was von dem, aber wir waren noch mit denen zusammen. It wasn't until after you gave me your sobbed story crying over her. Es war bis du mir quasi, ich muss mal kurz übersetzen. Erst nachdem du mir deine schluchzende Geschichte erzählt hattest, weinte ich über sie. Okay, das ist wirklich sehr, sehr sick. Das heißt, er kannte die schon davor, vor allem, als sie so, insbesondere als du so viel Verzweiflung und Opferbereitschaft für dieses Mädchen gezeigt hast. Ich weiß, er hat uns nur verschont, ne? Da habe ich realisiert. I realized that she was part of the recipe you were looking for. Oh, es ist sick einfach nur. Okay. Ähm, du hast erkannt, dass sie Teil des Rezeptes war, dass du warst auf der Suche nach. And you weren't even willing to do. Du hast es nicht einmal versucht, das Rezept. Das Gericht. Did you? Hast du sich um sie gekümmert? She looked, sie hat wirklich sehr glücklich gesehen auf dem Bild mit dir. Aber jetzt verstehe ich nicht. She looked really happy in the photo with you. Ach so, er meint jetzt die Kette, ne? Das Foto, das du quasi in deinem Office hast. You trashed in your office. Aber wir reden nicht von dem Bild, was verstaubt ist, ne? Das Foto, das ich in deinem Büro weggeschmissen habe. Reden wir von dem Bild, was ich in seinem Büro gefunden habe. Aber da hat er gesagt, die Frau sieht Vincent sehr ähnlich. Das kann ja nicht die Freundin sein. Ich glaube, wir reden eher von einem Anhänger, oder? Er hat safe einen Softspot für ihn. Ja, ich glaube auch und einen Kink. How could you did you even care? Konntest dich überhaupt interessieren? Nein. So, it was just some sick games. Es war einfach nur ein krankes Spiel für dich. Du hast sie nicht einmal geliebt. Aber du hast es. You care? Du hast dich so sehr um sie gekümmert. Und sie hat dich nicht einmal erwähnt. Das heißt, meine Freundin hatte heimlich was mit dem. Kann es sein? She loved her. Probably still love her. Du hast sie geliebt. Möglicherweise liebst du sie noch. With little to no possibility of loving her back. Mit äh, überhaupt keine Möglichkeit, sie zurückzulieben. Sag das nicht. Ich war inspiriert. I've been told, I don't cook. Mir wurde gesagt, dass ich nicht mit Liebe koche. Ähm, which is a sentimental and meaningless review in the culinary world. Also, man sagt, seine Gerichte waren immer sehr lieblos. I'm a professional chef, not a parent making a meal for the kid. Ich bin ein professioneller Chefkoch und kein, ähm, Erwachsener, der ein Gericht für sein Kind macht. But I think I understand what they meant when you walked in. Aber ich glaube, ich habe verstanden, was sie meinen, als du quasi dich bei mir beworben hast. About one cook. You're cooking disgusting with me. About the one cook. Jesus, do you do this all your, als tust du das allen deinen Angestellten an, weil es ist ja auch noch ein Koch verschwunden gegangen. Is this why you have a few staff members like the magazine set? Ist es deswegen, dass du nur so ein paar, ein paar wenige Angestellte hast, wie das Magazin gesagt hat? Was? That one cook, der, der eine Koch, der Mann, der Typ, der verschwunden gegangen ist eines Tages. Jesus. Ja, yes, because you were, ja, weil er gefeuert worden ist. Okay, why couldn't you have done, wieso hast du das dann nicht mir angetan? Why didn't you quit? Warum hast du nicht gekündigt? Wegen ihr. Das war alles wegen ihr, weil wir halt Geld gebraucht haben, ne? Das wusstest du. Du wusstest es verdammt gut. Ah, stimmt. Wie konnte ich das nur vergessen? It's all you, das ist doch, darüber hast du doch die ganze Zeit gesprochen. No wonder she left you. Ach, kein Wunder, dass sie dich verlassen hat, du bist wirklich anstrengend. Ach, kann es sein, dass sie ihn verlassen hat, also uns verlassen hat für ihn und wir wollten die ganze Zeit wieder was mit ihr starten und hatten ihr so gesehen eine Pause und wussten aber nicht, dass wir uns eigentlich bei den Typen bewerben, der was mit unserer Freundin hat. So, halt's Maul. Deine Kochkünste ekeln mich an. I still can't believe you were planning to ich konnte, kann immer noch nicht to feed me something. Ich kann immer noch nicht nachvollziehen, dass du wolltest, ich das Gericht was aus meiner Freundin besteht, dass ich das essen sollte. Thank God, zum Glück habe ich nie etwas von diesem Essen gegessen, das du mir gegeben hast. Du hast nicht? Nein, sie sind immer noch alle in meinem Kühlschrank. Ich muss sie nicht mal probieren, um zu wissen, dass sie nicht wie echtes Essen schmecken. Du hast immer dafür gesorgt, dass ich den Appetit verliere und ich glaube, ich weiß jetzt warum. Oh Gott, dieses Weggerennen ist so geil, einfach nur. Back off! So, bereust du es? Warum sollte ich? du bist derjenige, der nach dem Job gefragt hat. Du bist rot, you're rotten. Okay, du wirst niemals befriedigt sein. Vince, hör mal zu, hör einfach nur zu. If everything else so far has tasted, wenn, genau, if everything else so far has tasted nothing to you, wenn es jetzt nichts geschmeckt hat für dich. What makes you think, was würde dich, warum glaubst du, dass ich das ändern würde, dass er wieder was schmeckt? If you're really doing all this just so you can, wenn du quasi das alles tust, nur in der Hoffnung, dass du wieder etwas schmeckst, dann, when it turns out, wenn es sich herausstellt, dass ich einfach nur wie die anderen bin, was wirst du dann tun? You would have killed her. Dann hättest du, you would have killed her, im Sinn von, du hast sie getötet. Du hast mich getötet ohne Grund. Are you really ready? Du bist du wirklich, kommst du wirklich damit klar? If this is your idea of trying to make yourself happy, wenn das quasi, wenn das der einzige Weg ist, dass du dich happy fühlst. I don't think, ich glaube, du wirst niemals voll sein. Ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn man irgendwie gar keinen Geschmack mehr hat, hat man dann auch keinen Hunger mehr. hat man wahrscheinlich keine Gelüste mehr oder wenn du immer geschmeckt hast und auf einmal nichts mehr schmecken kannst. Diese Konversation, wie der die ganze Zeit wegrennt. Jetzt kann man hier rein. Oh, was ist denn das? Oh, eine Flasche. Jetzt kann man den wahrscheinlich töten. Ja, jetzt hat man ihn erstochen. Ah! Oh mein Gott. Oh, ist das bad. Ich glaube, das war's. Ah! Ach, die Scheiße. Jetzt habe ich einen Restaurant-Schlüssel. Hä, warum laufen da zwei? Ein Kochöl. Hä, warum laufen da zwei? Das ist ein Fehler. Ach, er verbrennt alles. Ich dachte, er kocht ihn jetzt. Ach, die Scheiße. Ih, er hält sich noch so die Fleischwunde zu. Ih, ist das eklig. Oh, jetzt verbrennt er alles. Ist echt ein bisschen eskaliert. Ich sollte etwas essen. Ach, du heiligst Blechle, du. Oh my gosh. Was ist das? Ending 4. Ist das letzte noch? Ganz kurz. So. Das ist, wenn man ihn erwischt. Kann man vielleicht mit ihm chippen? Und zusammenkommen? Vielleicht können wir darüber reden. Ach so, er muss sich jetzt töten lassen, ne? Press. Oh, jetzt hat er dich getötet. Und dann kocht er dich. Und macht das Fleisch. Und was gibt's dann als, als Servierung am Ende? Hier. Abortory. Abortory. Was ist das? Was heißt das? Schlachthof. Oh Gott. Also, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich's richtig verstanden hab. Meine Freundin, mit der hatte ich ne Pause. Mit der war Sendepause. Und dann hat sie sich bei dem Koch beworben und der Koch hat im Prinzip gesagt, dass sie Interesse in ihm hatte. Und als ich mich beworben hab, hat er entschieden, weil ich irgendwas hatte, sie zu kochen, um's mir zum Essen zu geben. Und das war für mich. Aber irgendwie wollte er's gar nicht essen, weil er nichts tasten kann. Ich fand's am Ende ein bisschen verwirren. Deswegen, wenn ihr's richtig verstanden habt, schreibt's gerne in die Kommentare. Dann pinne ich den Kommentar an, der's richtig zusammengeordnet hat, weil ich war jetzt am Ende ein bisschen lost. Ein cooles Game ist übrigens kostenlos. Ich muss sagen, ich hätt mir ein bisschen weniger Tage gewünscht, wo man serviert und mehr Story. Ich hätt mir ein bisschen mehr King zwischen den beiden gewünscht, dass da noch ein bisschen mehr kranke Love irgendwie im Spiel ist, weil es hat cool angefangen. Ja, so ein bisschen mysteriös. Und dass es dann nicht am Ende einfach so plump ist mit, ja, ich hab deine Freundin gekocht. Ich fand den Plottwist jetzt ein bisschen plump. Das hat mir zu wenig Sinn gemacht, dass sie zufällig dort auch angestellt war. Da hätt ich mir eine coolere Idee gewünscht. Ich verlinke euch das Spiel unten in der Beschreibung und fand aber sonst den Ansatz sehr, sehr cool. Und es endet jetzt auch mit den Gerichten. Das ist schon nice. Aber ich bin immer so jemand, ich will immer geile Plottwists haben. Deswegen, es war eine interessante Story zwischen den beiden. Auch das Nachhausegehen, das in dem Kühlschrank, aus dem Fenster schauen. Wir haben nie was im Fenster gesehen. Ich weiß nicht, was das soll. Vielleicht kommt das auch noch raus. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Würde mich sehr über ein Abo freuen und einen Daumen nach oben und natürlich über eure Meinung, wie ihr das Ganze interpretiert habt. Und wir sehen uns definitiv in den nächsten Videos. Und ich muss sagen, es klingt jetzt wahrscheinlich sehr, sehr absurd, aber ich hab Hunger. Bis zum nächsten Mal.